I walk right at my own speed. Dein Name ist Ria, Utilie, Clementine, Cäsar, Alva. Kurz, Rocker. Kurz, genau. Rockers Leben ist anders. Darf ich euch meine Enkeltochter Rocker vorstellen? Papa ist bei der ISS. Oh Gott, das ist grausam. Der Schwiegersohn ist bei mir. Ach, was redest du denn da? Hi Papi! Hier ist es mit Oma. Die ist super. Kommen wir jetzt zur Klasse 5b? Morgen! Nicht die Wollknollen-Nummer. Na, erzähl uns was. Ich brauche mein Abi. Sonst kann ich meine Astronauten-Ausbildung nicht fertig machen. Augenzeugen berichten von einem kleinen Mädchen, dem die 180 Passagiere ihr Leben zu verdanken haben. Hast du gar keine Angst? Würde das was bringen? Nein. Siehste? Rocker zeigt allen... Ich bin Rocker. Wie heißt du? ...was wirklich wichtig ist. Kasper. Hey, hör auf damit! Hör zu, so geht das nicht. Wir brauchen einen Erziehungsberechtigten. Ich bin berechtigt, mich zu erzielen. es gibt Gesetze an die man sich halten muss. Ich bin sicher, du wirst dich in der Pflegefamilie wohlfühlen. Du kannst genau so wenig dafür wie ich. Du verbringst wirklich nur einen Augenblick. und du hast mich hier in der Pflegefamilie wohlfühlen. in meinem ganzen Leben noch nie so ein Mädchen wie Rocka begegnet. Rocka verändert die Welt.